ja hallo wir sind im kurs komplexe zahlen beim thema einheitswurzeln und in diesem video geht es um den sogenannten summensatz ja was sagt nun dieser summensatz dieser summensatz sagt dass die summe der enten einheitswurzeln gleich null ist um das anschaulich darzustellen habe ich hier mal die erste einheitswurzel die zweiten einheitswurzeln die dritten einheitswurzeln die vierten einheitswurzeln und die fünften einheitswurzeln aufgezeichnet gut die erste einheitswurzel das ist einfach nur ein einzelner zeiger für diesen fall gilt dieser satz übrigens nicht das heißt wir können hier schon mal dieses diagramm durchstreichen hier gilt also der satz nicht aber ab der zweiten einheitswurzel passiert folgendes die zweite einheitswurzel oder die zweiten einheitswurzeln besser gesagt sind zwei zeiger und wenn ich diese zeige aneinander hänge dann seht ihr das ergibt null genauso hier bei den dritten einheitswurzeln wenn ich diese drei zeiger hier hintereinander zeichne also erst den hier den dann da dranhängen und dann diesen hier dranhängen dann bin ich wieder hier im ursprung also da habe ich auch die null ja hier sieht man es noch besser wenn ich diese vier zeiger aneinander hänge das sind die vierten einheitswurzeln habe ich auch wieder null ja hier kann man es jetzt nicht so gut sehen aber das ist auch so wenn ich diese zeiger aneinander hänge dann habe ich wieder die null ja ich habe jetzt hier auf der linken seite der gleichung die summe der enten einheitswurzeln mal hingeschrieben das kann man sich vorstellen als summe zum beispiel hier dieser zeiger wenn n gleich 5 ist hier habe ich ja die fünfte einheitswurzel ja und wir wollen dann eben hier diese summe berechnen ja also das fängt an bei der 1 das ist ja immer die erste einheitswurzel kann man hier sehen das ist die 1 oder diese 1 diese 1 diese 1 oder diese 1 dann kommt omega also allgemein gesagt omega n das ist dann der erste zeiger der auf die 1 folgt also dieser hier oder dieser oder dieser oder dieser hier dann kommt omega n quadrat das ist dann der zweite zeiger gut hier folgt auf die 1 nur noch ein zeiger aber hier sieht man es das wäre dann der zweite zeiger der auf die 1 folgt hier ist es dieser zeiger hier der zweite zeiger hinter der 1 und hier ist es dieser zeiger ja und das geht dann so weiter bis omega n hoch n minus 1 das ist dann der letzte zeiger bevor wir wieder zur 1 kommen ja das ist dann der letzte zeiger ja hier ist der erste zeiger gleichzeitig der letzte zeiger hier ist das der letzte zeiger vor der 1 das ist der letzte zeiger vor der 1 und hier ist das der letzte zeiger vor der 1 gut aber auf jeden fall diese summe hier wollen wir berechnen die habe ich mal s genannt und der trick ist einfach nur ich multipliziere beide seiten der gleichung mit omega n omega n also in diesem fall hier bei der fünften wurzel wäre es omega 5 oder bei der 42 wurzel omega 42 ja aber hoch 1 immer also diese mit diesem term hier multipliziere ich die gleichung gut überlegen wir uns mal was da rauskommt also denken wir uns eine klammer hier drum und jetzt multipliziere ich diese klammer hier mit omega n also jedes glied fangen wir hier an einmal omega n ist omega n gut und omega n mal omega n ist omega n quadrat dann haben wir hier omega n quadrat mal omega n ist omega n hoch 3 und das geht immer so weiter bis wir bis wir hier beim letzten glied sind wenn wir omega n hoch n minus 1 mit omega n multiplizieren was erhalten wir dann dann erhalten wir omega n hoch n einfach nach den regeln der potenz rechnung da dürfte es keine probleme geben gut die rechte seite der gleichung muss ich dann natürlich auch noch mit omega n multiplizieren das heißt ich schreibe das einfach nur dahin gut jetzt kommen wir zur schlüsselstelle durch die multiplikation von omega n hoch n minus 1 mit omega n ist dieser term hier entstanden omega n hoch n und da müssen wir uns jetzt überlegen was bedeutet dieser term was ist omega n hoch n ja dazu schreibe ich am besten nochmal auf wie omega n hoch n entstanden ist da haben wir also diesen zeiger hier das ist dieser omega n hoch n minus 1 genommen und den haben wir multipliziert mit omega n das ist dieser zeiger hier und das ergebnis ist nach den regeln der potenz rechnung omega n hoch n ja also wir haben hier das mal das gerechnet ich habe es hier nochmal hingeschrieben also diesen zeiger multipliziert mit diesen zeiger mit omega n ja und jetzt müssen wir uns daran erinnern wie multipliziert man denn zwei komplexe zahlen miteinander ja man multipliziert zwei komplexe zahlen miteinander indem man die beträge multipliziert und die winkel addiert gut die beträge multiplizieren ist einfach die das sind ja einheitswurzeln die haben alle den betrag 1 wenn ich die multipliziere dann habe ich wieder hier den betrag 1 ja also kann ich schon mal hinschreiben das wird irgendwas sein mit einmal e hoch i mal phi gut jetzt müssen wir uns noch nur noch überlegen wie groß ist der winkel phi und da habe ich ja gerade gesagt die definition der multiplikation sagt wenn ich hier zwei komplexe zahlen multiplizieren da muss ich die winkel addieren ja also um phi zu erhalten muss ich die winkel addieren also den winkel von diesen zeiger und den winkel von diesen zeiger und da sieht man schon wenn ich diesen winkel hier der zwischen der 1 und diesen hier liegt also zwischen den zeiger 1 und zwischen dem ersten zeiger ja wenn ich diesen winkel hier addiere zu diesem winkel hier der einmal so hier rum geht ja dann bin ich wieder bei der 0 also mein phi ist gleich dem winkel 0 ja und e hoch 0 ist 1 ich habe also wieder die zahl 1 kann man kann man sich glaube ich bildlich ganz gut vorstellen also ich habe hier ich wiederhole es nochmal omega n hoch n minus 1 das ist dieser zeiger und jetzt multipliziere ich mit omega n multiplizieren heißt winkel addieren das heißt ich nehme diesen kleinen winkel hänge den an den großen winkel dran und bin dann wieder bei der 0 also bei 0 grad ich bin also wieder beim zeiger der gleich 1 ist so und jetzt kann ich also wie ich gerade erklärt habe dieses omega n hoch n was ja nichts anderes ist als 1 wieder nach vorne schreiben und dann erhalte ich 1 plus omega n plus omega n Quadrat plus omega n hoch 3 und das geht immer so weiter aber nicht bis hier hin weil diesen term habe ich ja nach vorne geschrieben sondern bis omega n hoch n minus 1 so ok und jetzt gucke ich mir mal die linke seite an was habe ich da erhalten also die linke seite hier ist doch mit der gegebenen linken seite identisch wenn ich das vergleiche fängt bei 1 an omega n omega n quadrat omega n hoch 3 bis omega n hoch n minus 1 ja und die linke seite hier oben ist gleich s also die linke seite hier ist einfach gleich s also kann ich hinschreiben das ist s gleich s mal omega n so diese gleichung muss ich also lösen also s muss ich isolieren dazu bringe ich hier die rechte seite auf die linke seite dann erhalte ich s minus s mal omega n gleich 0 jetzt klammere ich s aus also das ist alles schulmathematik dann habe ich hier 1 minus omega n ok so wenn ich so weit bin dann habe ich es fast geschafft ich muss mir jetzt jetzt nur noch überlegen wann ist eine zahl 0 ja entweder muss dazu der erste faktor gleich 0 sein oder der zweite faktor der zweite faktor kann kann nicht 0 werden ja denn damit der zweite faktor zu 0 wird müsste omega n gleich 1 sein wir haben aber gesagt omega n ist hier der erste zeiger nach der 1 ja also der erste zeiger nach hier der reellen zahl 1 das ist dieser zeiger beziehungsweise dieser zeiger oder dieser zeiger ja aber das ist niemals der zeiger 1 und weil omega n niemals gleich 1 ist wird dieser term niemals gleich 0 folglich muss s gleich 0 sein denn hier die die linke seite muss ja gleich 0 werden ja also nochmal dieser term kann nicht zu 0 werden weil omega n nicht gleich 1 werden kann also muss s gleich 0 werden ich schreibe also in s muss gleich 0 werden und das ist ja genau das was wir beweisen wollten wir wollten beweisen dass die summe aller einheitswurzeln aller enden einheitswurzeln gleich 0 ist ja damit ist der beweis am ende ich verabschiede mich auf wiedersehen mit der schmerzeln in der schmerzeln mit der schmerzeln mit der schmerzeln Vielen Dank.